hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen unboxing meinerseits heute unboxen wir den phillips aqua touch ja der phillips aqua touch irgendwie sehe ich gerade ist alles auf dieser kiste fast alles auf englisch ist okay so sagt skin protection system rounded profile of feeds designed to protection skin aqua track wet and dry wet and dry shaver protect ten times better versus a regular blade okay aqua touch skin protection system und deswegen steht nicht mal den china oder mal den netherlands weißt du da denkt man einmal man hat wieder aus china phillips wird seine produkte in den niederlanden ja gut wie dem auch sei hier oben ist noch das die turkina wolken dezviertal welchen merchand keep Philips Products Refer to www.philips.com Ich habe euch das jetzt gar nicht in die Kamera gehalten. So sieht die Vorderseite aus, so die linke Seite, so die rechte Seite und so die Rückseite natürlich. Die Oberseite hat so was schönes und die Unterseite hat halt so romale Niederlande. Dann haben wir hier oben irgendwie so ein Pop-Ding. Achso, und da kann man normalerweise als Ladensitzer dann die Lasche durchhängen und cool machen. Das war jetzt aber noch so was dran. Unplugged before use. Ziehen Sie vor dem Gebrauch den Netzstecker aus der Dose. Cool. Steht denn so was dran? Ja. Ach, Schande. So. Gehen Lieferwürzeln so noch? Möchtegärnei ab? Umweltfreundlich auf jeden Fall. So. Dann haben wir hier einmal eine Bedienungsanleitung. Die total beschissen gefalten ist. So. Okay. Ist die auf Deutsch? Naja. Tatsächlich ist die auf Deutsch. Nö. Ganz normale Philips Bedienungsanleitung. Dann haben wir hier eine Membership Card. Grooming Club. Activate your Philips Product at and get one year additional warranty tools apps and exclusive offers. Die wählen sie ihr Produkt unter und halten sie hier. Okay. Da könnt ihr euch eine zusätzliche Garantie holen oder so im Link. Ja. Garantie? Irgendwas. Okay. Die Garantieanweisung. Wanns und wie ist Garantie. Make the most out of your shamer. I buy it when procreals separately. So sieht das erstmal aus. Und auf der Seite haben wir alles stehen. Okay. Was dazu gehört. Okay. So Zube was man noch separat erwerben kann. Interessiert uns aber nicht. Alles nur Geldschnellerei was die machen. So. Dann haben wir hier einmal ein Ladegerät. Da steht auf der Seite Philips drauf. Auf der Seite die ganzen Daten. Ja. Und da kein Wasserhand drüber halten und nicht das Kabel mit einer Schere durchschneiden. Nein mach ich nicht. Ich brauch das Gerät. So. Er läuft mit einem Input von 100 bis 240 Volt mit 50 bis 60 Hertz und 9 Watt. Und gibt 15 Volt Gleichstrom mit 5,4 Watt raus. Ah. Aber das ist Maricina. Okay. Und dann mit einem kleinen Pinsel. So. Dann haben wir hier. Plastik. Dann haben wir hier. Ein Rasieraufsatz. So. Was feines. So sieht der Rasieraufsatz aus. So. So. Okay. Aha. Smart Click. Aha. 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 So sieht das gute Stück erstmal aus. Falls es jemanden interessiert. Aha. Aha. Dann haben wir hier so einen Zettel dran. Das heißt Smart Click. Ich glaube man kann das einfach abziehen. Und dann kann man einfach den anderen Aufsatz dran setzen. Geht der schon nicht. Leider ist der Akku leer. Dann ist hier noch so ein Aufkleber dran. Bitte nicht was hier mit dem Stecker dran ist. Da gab es sicherlich schon Tote wenn die das so oft sagen. Okay. Dann haben wir hier diesen Aufsatz. Also Plätze gebe ich das erstmal. So sieht das Loch aus. Und ich glaube das habe ich nicht gerade lang genug in die Kamera gehalten. Dass ihr mal die Daten seht die da hinten drauf stehen. Wenn es jemanden interessiert da stehen drauf. Mal den Netherlands. In Drachten. Use only with Philips. Irgendwas you. Nicht nur die Dusche halten. Ach Mensch. So. Ja so sieht der Rasieraufsatz aus. Der Standard. Ja gut da wird sich schon anpassen. Er wird schon funktionieren wie er soll. Da vertraue ich jetzt einfach mal Philips. Und. So sehen die Engeweite davon aus. Kann man einfach so aufklappen zum putzen wahrscheinlich. Ja. Dann hoffe ich. Dass euch dieses kleine aber feine Unboxing. Super gefallen hat. Äh. Wenn es euch gefallen hat. Würde es mich freuen. Wenn ihr ein Like da lassen würdet. Wenn nicht dann nicht. Und ansonsten würde ich sagen. Sehen wir uns das nächste Mal. Also tschüssi. Bis zum nächsten Mal. See ya. See ya. See ya.